Na ihr, habe ich euch ja einfach hier draußen stehen lassen. Ihr folgt mir aber auch überall hin. Herzlich willkommen wieder hier zum YouTube Space in Berlin. Ja, ich bin mal wieder hier, aber das YouTube Space ist seitdessen schon quasi meine zweite Base hier mitgeworden in Berlin. Wenn man schon die Möglichkeiten hat, will ich sie nicht. Und heute geht es zur Vlogging Fashion Hour Show, wo wir erstmal wieder einiges noch zum Thema Kamera, auch zur LeCare Mini X. Bist ihr was lernen? Da wird nämlich Canon ist heute hier mit am Start, die uns da einiges zeigen werden. Und dann auch später noch die Party, die zwischen 18 Uhr und 21 Uhr gehen wird, wo noch einige YouTuber hier aus Berlin oder Umgebung mit am Start sein werden. Und ganz besonders ist heute die liebe Hüli von Hüliutopia mit am Start und da freue ich mich schon ganz besonders, sie heute mal persönlich treffen zu können. Und dann haben wir uns auch schon wieder eingeloggt und angemeldet und gucken wir doch mal, wer jetzt wieder alles so hier heute mit am Start ist. Ein paar Teilnehmer scheinen heute auch schon am Start zu sein und Kuchen gibt es heute auch lecker anscheinend. Und für mich erstmal standardsgemäß wieder ein Wasser. Zum Wohl. Gerade noch schnell im Space noch ein kleines Infobideo hochhauen, da ich es ja heute nicht schaffe, ein Video um 18 Uhr hochzuladen. Aber dafür gibt es immerhin für meine Zuschauer wieder ein kleines Infobideo, dass wir uns mal Bescheid wissen, da ich heute den ganzen Tag halt im Space bin. Ja, willkommen im YouTube Space. Na so, dann machen wir uns mal jetzt auf zum Kurs. Jetzt geht's los. Ready to go. Ja, mein Lieben, der Kurs ist indessen jetzt schon zu Ende. Wir hatten uns heute viel mit dem Thema Kamera nochmal, Belichtung, Funktion von Kamera. Und was wir halt noch für Möglichkeiten einstellen haben, konnte ich jetzt natürlich nie um alles mit filmen, weil wir das hier nicht mit Funkladen dürfen. Jetzt pinken quasi jetzt gleich die Happy Hour. Schon sind so einige YouTuber hier mit am Start schon und ein paar Bekannte getroffen. Hüli habe ich auch schon gleich getroffen, die stellt euch dann auch nochmal kurz vor. Ja, und jetzt esse ich erstmal eine schöne, super. Ja, meine Lieben, und hier haben wir liebe Hüli auch mal live mit am Start. Heute ist das erste Mal, dass wir uns auch mal so sehen und nicht nur auf YouTube. Ja, genau. Nicht nur in den Videos. Genau, und jetzt sind wir gerade hier in der Happy Hour Show hier in Frankreich. Ja, hier gab es sogar vegane Maghettenscheiben. Ja, Tumos. Tumos mit so einer Art Senf oder so. Bananen, ja, ich glaube das war Senf, so ein Tröpfchen. Ja, wir Veganer müssen ja auch irgendwie überleben und auch was finden. Manchmal gibt es auch vegane, einmal gab es vegane Donuts. Und mit veganem machen sie auch, wenn du es vorher sagst, dass du kommst als veganer. Gut zu wissen. Voll nett. Ihr Lieben, das war YouTube Space Berlin. Heute wieder zum Samstag. War richtig schön. Und viele Leute, coole Leute wieder kennengelernt. Und YouTuber. Und Verrückte. Und Weserchen und Geier. Ja, und jetzt heißt es mal Abschied nehmen wieder, weil wir werden jetzt ausgeschmissen. Ihr Lieben, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Jetzt ist soweit alles vorbei. Ist alle noch schön verabschiedet. Und wie gesagt, schön die liebe Hüli mal persönlich zu treffen. Und auch all die anderen, die heute auch mit am Start fahren, waren wieder eine Menge mit dabei. Viele coole Leute. Ja, und ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Es schneit gerade draußen, wie man etwas, wie man es hoffentlich halbwegs erkennen oder sehen kann. Und daher beende ich jetzt auch diesen Vlog auch, weil jetzt passiert eh nichts mehr viel. Ich mache mich jetzt nur noch gemütlich auf dem Rückweg. Genieße noch den schönen Abend und den Schnee. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, wieder. Das war Alter, ihr und wir mit eurem Reko. Und wir, meine Lieben, das seid wie immer ihr. Und gemeinsam sind wir hier in dieser wunderschönen, verschneiten Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer ein Däumellein nach oben. Das wäre wunderbar. Und ein Abo, das wäre super, wenn ihr mich mit unterstützen wollt und weiter mehr von mir sehen wollt. Von daher bleibt mir nur noch zu sagen, See you later, Alligator. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter, ihr und wir.